Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Oh, das ist kein Spiegel. Doch, also sehen wir es gar nicht. Kann ich auch nicht dafür. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich sieh auch, aber... Das ist ja grob. Sieh selber sehen Sie aber nicht. Doch. Aber ich seh nicht auch nichts. Wohl zu viel Dracula-Gesicht. Sehen Sie mal da hin und gucken Sie. Ich guck mal da. Ich seh Sie, aber mich nicht. Und jetzt seh nur Sie und mich nicht. Also ich kann sie sehen. Ja, ich seh auch. Möchtest du jetzt wissen, was das ist? Ich seh hier nach da. Achso, die Hand ist nicht zu sehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich seh ich nicht. Weißt du? Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine komische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen Sie gesehen haben, wenn Sie es jetzt sehen. Ja, aber nicht so. Ich bin jetzt das ja unsichtbar. Also was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin nach vier. Danke. Danke. Haben Sie ein Problem? Ich sehe, dass es nur ein Spieß. Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Das kann ich auch nicht dafür. Das ist ja eigenartig. Nein, Sie sehen Sie auch nicht. Nein, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin gut, ich bin nicht nach gut. Ich spreche es kaputt. Gegen vier, kurz nach vier. Danke. Ich bin nicht nach vier. Ich bin nicht nach vier. Haben Sie ein Problem? Ich sehe mich im Spiegel. Ich kann die Augen, ich bin nicht nach vier. Ich kann die Augen, ich bin nicht nach vier. Erzählt mich, Lass. Tolle Anmache, wirklich. Erzählt mich, Lass. Anmache, Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Ich bin nicht. Hier kann man sehen und nicht kann man nichts sehen. Doch ich muss mich mal bei Ihnen da hinstellen. Das ist ja nicht für mich, ne? Sie sieht man und mich sieht man nicht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar. Aber nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Ich komme von einem anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt dann nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Sie da nicht? Jetzt ist nur noch der Mantel. Jetzt sehen Sie dich mal hier, ob der hier noch nicht angeht. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Nee, bitte. Ja. Kommt ihr noch mal zurück? Das ist doch... Oder ist das ihr? Das ist... Nee, so. Ja. Nee, hier. Ja. 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 Vielen Dank.